Ey! LOL! LOL! Was für'n Buck! Hey Leute, hier ist der Untertags von Team Game Session. Wir spielen heute mal wieder mal Hellstorm mit den lieben Potos. Hallo! Hi! Ja, der liebe Potos ist jetzt ein bisschen ein kleiner Neuling hier bei Hellstorm, ja. Und... Geht so. Ja, okay, geht so. Ich bin hier schon ein bisschen erfahren, ne, weil, wie ihr einfach hier schon sehen könnt, durch ein Level, ja. Weißt du, mein bester ist Level 28, ja? Das ist nur so zu empfohlen. Naja, mein bester ist Level 18. Das ist Level 18? Okay, warte mal. Weißt du was? Ich spiel halt immer mit den Schurken, okay? Komm, ich spiel jetzt mal mit den Schurken. Let's beginn. Bin bereit. So. Ähm, du musst noch einen Held auswählen. Bin bereit. Bin bereit. Bin bereit. Bin bereit. Nevermind. So, wir sind wieder da. Fangen wir an. Mal gegen Schurken. Mal gegen Schurken. Das wird ein Spaß. Okay. Das brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Alles weg. Interessantes Deck. Und, wie ihr schon sehen könnt, er hat die Münze. Ja, ich hab wieder meinen Hearthstone Deck-Tracker am Start. Schön. So, komm, gib mir ne gute Karte. Da müsste auch schon die Münze einfach wollen. Ich will hier herangehen, Hearthstone. Okay. Kann man halt machen. Wie viel Schaden macht er deins? Brauche ich nicht. Ach Gott. So viel Schaden. Na ja. Soll ich angreifen? Oder soll ich das? Weiß nicht. Ach komm. Scheiß drauf. Scheiß auf den Schaden. Sö. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. EI-! Aua! Aua! Zerfügelst mir. Nö lieg! Zerfügelst mir! Zerfügelst! Oh Gott! Weißt was grad das witzige dabei ist? Warte! Das was ich grad verwelzt habe, ist grad wiedergekommen. Was mach ich denn jetzt mal? Und Leute, wir haben bestimmt noch mehr Und zwar das hier rechts, da wird alles gezeigt, was er bis jetzt gerade ausgespielt hat Und das hier links ist gerade, was ihr bei mir seht Und hier in der Mitte, ihr könnt doch mal die Zeit sehen, wie lange ich gerade Zeit hab und so Beispiel jetzt habe ich gerade aktuell eine Minute Zeit einfach verloren So, okay Das ist nicht schön Und sowas hab ich ja nicht So, weg damit Und ich würde mal sagen, einfach auf den Spot Ja, Spot Das herbst du nicht, wie eine Karte die dann Oh nein, nicht in Scharf, bitte Nee, das hab ich nicht Ich dachte schon Jetzt kommt aber dieser Feuerball bestimmt Nee, nee, der ist mir zu wertvoll Okay Gegen so'ne, gegen so'ne Spotte Gegen so'ne Spotte Okay Was mach ich denn jetzt mal? Scheiße Ich bin einfach mal Ich hab keine... Oh, ich merke auch gerade, ich muss... Ich muss deinen Namen ausblenden, sehe ich gerade Weil man kann oben links seinen Namen lesen Mein normalen Namen? Ja, deinen normalen Namen Warum hab ich den denn hier? Ich weiß Ich muss den ausblenden, okay, muss daran denken Äh, okay, was mach ich denn jetzt? Das machen müssen? Ich schwöre den Noch'n Spot Noch'n Spot, schön Ja, ist doch schön Aber... Ach komm, Alter Dann hab ich nicht mehr... Nein, du musst meine Spots angreifen, das weißt du doch Weiß, ich weiß Ich will eka, welchen ich angreife Das ist scheißegal, wenn ich schon angreife, du kriegst trotzdem einen Schaden Wir haben uns mega mit entheben Aber ist gut, dass du den angegriffen hast, weißt du warum? Warum denn das? Das wär... Sehr gut Ähm... Okay... Mal gucken, was brauch ich denn jetzt so'n bisschen Bisschen gibst du auf Nee Okay So Ach, Mann Ja, Dino Das sind sowas, was du gerade machst Oh... Leider musste ich dir was anderes erzählen Nee, nee Nein... Sie ist jetzt kaum... Ach, okay, gut Das ist so schlimm Das ist schon ein bisschen schlimmer Nein, nicht auf ihn! Mach' ich denn jetzt? Was ist denn? Oh, Mann Das ist doch gemein Ja, komm, ey Muss das sein? Oh! Der ist schön Aber den brauch' ich denn grad nicht Weißt du, den hab' ich denn jetzt grad gebaut Aber nee, ich bekomm' den... Der spielt's dann, sehr gut Nimm mal den wieder zurück in der Hand Kann mich schon angreifen Bam! Ähm... Und was soll ich jetzt machen? Oh... Balibab, guck uns zu Nein, nein Oh... Sag mal Hallo Ganz einfach mal anschreiben Na hause Ähm... Und wieso hör' ich grad immer dieses scheiß Glitzern grade? Ich hör' grad eigentlich so'n scheiß Glitzer-Bug Äh, was mach' ich denn jetzt halt? Ja, okay, sorry Leute für den scheiß Glitzer-Bug Ja, ich kann dafür grad gar nix Geht, der macht Glitzer Ähm, was mach' ich denn jetzt mal? Warte Gau denn jetzt raus? Ey! LOL LOL Was für'n Bug LOL Was'n los? Dein Drache? Der ist bei mir grad schief Was sieht das geil aus? Darf ich abtacken? Darf ich abtacken? Das hab ich nicht abtacken Nee gesehen Ey Das ist geil Ich schwör's hab' ich noch nie gesehen einfach mal Wie geil ist das denn ey? Das ist einfach schief Das ist geil Ja, ich weiß schon mal wie du voll geil bist Geisel Geisel Das hab ich jetzt gemacht Nein Du wirst dumm von mir Ja komm, greif mal an Geisel Ja, jetzt machst du nur 4 Schaden Dann greif dich mal an, achso, okay, gar nicht Geisel Okay So, fast gleich statt Alter Alter Alter, was für'n Geisel War das grad Ey? Spass Das hab ich noch nie gesehen Ach komm, ey Nicht einfach fick das Schaf einfach mal Ja, wie er eigentlich so einen Schaden gibt Ja, ist das denn Spass Ja, ist das denn Spass Ist das denn Spass Ja, okay, gut Hier, bitte Oh Gott Ist das denn Spass Ist das denn Spass Oh nein, das ist ein Spass Ja, und das ist der Schlimmste den man eigentlich so kriegen kann Aber der natürlich auch Das Problem ist, ja, das wollte ich grad sagen Aber du machst dir selber Schaden außerdem Wenn du jetzt angreifst Machst du dir selber Schaden Und dein Dein Diner ist weg Nur so zur Info Ja komm, ey Ja, greif ruhig an, dann sind beide weg So gut Was brauch ich denn jetzt? Was frem ist? Ich hab drei Leben nur Jaaaa Oh mein Pick war drei Angriffe Oh, die Karte Scheiß, hab ich mir gefickt Ja, okay, gut Dann bin ich selber oben Ich hab doch gesagt Ich gewinne Ja, GG Komm Kann ich ja nix machen Wir halten das scheißes Tier Jaaaa Okay, wir sehen uns gleich mal in der nächsten Runde wieder Bis gleich Jaaaa